Musik Wer seid jetzt ihr? Warte! Erzähl! Die Wiesenburen! Die wollen auf der Wiesn überall unterwegs und haben das Deckel, machen wir Gaudi und Spohlen ab, dreien der Früher da herinnen, bis die gescheite Musiker sind. Guten Morgen, heute geht es zum Kocherlball. Der Ludwig ist heute auf der Jagd, die Kaiserin ist in Ischel auf der Kur und ich bin heute Lebermann. Ich wünsche euch einen schönen Kocherlball und Servus! Wo sind die jetzt für Muttergrafen, der für die Wiesn? Ja, heute Kocherlball und es wird eine super Party hier im Englischen Garten. Wir freuen uns drauf. Die Stimmung ist gut, das Wetter langsam wird schöner. Ich glaube, es regnet nicht. Also viel Spaß am Kocherlball. Lasst euch sehen. Gut ist er! Richtig gut ist er. Regenert wird es nicht. Wir kriegen das höchste Wetter. Bis um 10 Halsbeschiffen. Hast du durchgemacht? Ja, erst nicht. Jetzt brav ins Bett gegangen. Zweifel. Wo ist ihr denn heute Morgen hier vom Kinderkanal? Wir versuchen zu tanzen. Wir haben gestern einen fantastischen Tanzkurs hier hingelegt. Wir sind zwei blutige Anfänger und heute geht's los. Heute werden wir die Münchner-Françaisen tanzen, aber vom Allerfein. Wir machen uns jetzt ein bisschen warm. Der Marc ist auch schon wach. Alle sind richtig am Starten. Jetzt geht's los gleich. Jetzt geht's Bienen, oder? Guten Morgen! Also die Tanzgeile hat's schon gehört, oder? Genau. Also ich werde euch jetzt im Namen vom Kulturreferat und vom der ganzen Ruhm Niehaber recht herzlich beim Kocherlball begrüßen. Ihr redet nicht lang. Es ist total schön. Schaut mal das Wetter an. Und ich möchte bloß sagen, für alle, die noch nie da waren, da hervorn, überall ist Tanzboden. Das heißt, ihr werdet euch nicht wundern, wenn ihr aufgefordert werdet zum Tanzen. Und dann dürft ihr da jetzt ab jetzt sofort bis zum Kleene Wulst tanzen und auch überall außenrum. Und alle, die nicht tanzen wollen, und bloß Tringer. Die können da so seitlich aussehen, das ist auch schön. Und da ist der Platz fürs Tanzen. Wir legen jetzt gleich los mit den Tanzgeigen. Die spielen die ersten zwei Runden und mehr, da fällt mir gerade gar nicht ein. Packen wir's, oder? Die spielen die ersten zwei Runden und mehr, da fällt mir gerade gar nicht ein. Dann respective. Dann fällt mir das echt auch so. Oh, oh, oh! Oh, oh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.